Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der MapJasso. Noch auf der V2. Aber ich bin dran. Ich bin dran an einem Transten. Hatte es im Livestream vor Unterbremsen. Hatte ich auch drei alle gespielt. Wenn wir noch mal Fehler laufen sollen, dann bin ich dran am fixen. Da war zum Beispiel... Weil es auf Anhieb so einfällt, war hier ein Loch in der Straße. Das habe ich behoben. Dann war noch die Uhr und habe es aber nicht geschafft. Und die Lager zu spießen. Dann war noch ein Stück die Takt. Ich bin dran. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Dann bin ich dran. Ich bin dran. Ich muss das gucken, was mich jetzt hat. Ich werde schon eine ganze Weile. Ich habe mir schon kurz aufgefreit. Das ist eigentlich gut gestrahlt. Ich wollte auch nicht mehr schimpfen. Waaah! Ich würde mal gar nicht mehr kommen. und ein Fehler hier mit der Zwiebel, mit der ja nicht, aber mit der Anderen dieser hier das ist schon das Problem, ok ich habe mich nicht gepennt ist mir dieser so aufgefallen nicht? muss ich ganz ehrlich fragen, ist gar nicht so aufgefallen war schlecht hat der alten Ferdinand entdeckt da bin ich noch dabei, habe ich noch nicht alles gemacht die Ferdinand habe ich noch nicht gefunden und was auch viele Erfreunde, die die Map spielen die Ferdinand ich bin herzlich die Machen die Machen die Machen die Machen die Machen die Machen das ist das der Das war's für heute. Es geht um ein Schuh. Einmal. Entschuldigung. 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 So, muss ich mal gucken wie ich das endlich schaffe, wenn ich Sonntag schon mache, dann muss ich nochmal ein Leuchttag machen auf der H3. Ja, keine Ahnung. Soll nicht einmal sein. Das war gut. Das ist ein. Wenn der Bauer sich so haben will, dann soll er sich an jemanden rein, der ein Feld macht. Die grünen Flächen die wir haben, die drei großen Fenzen. Ich weiß nicht, wie es sein. Das war eigentlich ein Polo-Pelz. Das ist auch ein paar Meile. Die grünen Flächen. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß, wie es geht. 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 So. Ich guck, wir müssen eine Welt verdienen. Komm schon wieder ganz anders aus wie ich sehr. Boodily! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020